Hallo meine Lieben und Herzen hier. Willkommen bei einer weiteren Folge Apex mit Unterwäsch und Strobel. So. Warte, wo ist denn jetzt? Da ist Strobel. Ja, ja. Spring ruhig allein. Ist okay. Ich bin nach euch gesprungen. Komm vor euch an. Ah, natürlich. Ich lande auf dem Haus oder was? Was soll denn die Kacke? Frag mich nicht. So, jetzt würde ich einen Turbocharger nehmen diese Runde. Nö. Jetzt brauche ich den für mich selber. Strobel macht es richtig. Lieber schnell weg von Anni. Okay. Okay. Flo, hallo erstmal. Und Dankeschön. Mutig, mutig. Kann er ja machen, ne? Kann er ja machen. Schön am Markt, übrigens. Ich hab schon kaum Chance richtig zu looten. Erstmal steht an dir gefühlt fünf Minuten außerhalb vom Market rum, kommt dann rein. in den Knall, kreize ich die Sachen weg, die ich gerade auf. Hä? Ganz normal, was willst du eigentlich? Ich brauche noch Energie, Muni. Das war eine Aussage, keine Frage. Nee, ich hab gesagt, ich brauche noch Energie, Muni. Muni. Wieso brauchst du auch Energie, Muni? Muni, Muni, Muni. Ich glaub, ich schmeiß die Herbock weg und nehme irgendwas anderes. Ich glaub, ich schmeiß die Herbock weg und nehme irgendwas anderes. Und, ähm, hier ein Holo oder so wäre gut. Falls jemand findet. Aufsätze wären toll. Ja, Aufsätze, das ist immer was Tolles. Genau so gut. La, 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 la. Lala, la, la, la. Energ. 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 Amo hier? I could use them. Hm. Thank you. Da, hap up here. Select fire. Energy ammo here. Toll. Uh! Also, wo sind die bösen Gegner? Böse Gegner? Sind die Gegner? Wenn sie hier wären würde ich nicht fragen wo sie sind. Wart ihr in den Häusern schon? Strobel war da drüben schon drin, ja. Okay. Ich frag immer noch ein Hulu. Wir gehen gerade wieder aus dem Ring raus. Cool. Ich mach keinen geilen Shit. Oder warte, anders gesagt, ich hab noch nicht genug geilen Shit. Hehehe. Dips. Hier scheint irgendwie keiner gewesen zu sein. Ja, das äh... Oh guck mal ein Hulu für mich. Toll. Noch ein Hulu für dich. Was? Oh ja. Dips. 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 Meinen. Ohh. Ja, ganz entspannt. Machen wir mal, wenn wir in der Zone sind. Da fliegen wir! Hallo, Tiboy! Na? Scanning the area. Hier sind Gegner angelaufen. Wo hast du Gegner gesehen? Ich hab die Gegner nicht selber gesehen, ich hab deren Footprints gesehen. Steht da auf wie lange das er ist? Weil wegen Blot... Na guck mal, er wird geschossen. Marked. Oh, das mit dem Scheißmaussecker triggert mich so. Hihihihi. Oh oh, der Champion wurde eliminiert. Hm. Kannst du nochmal scannen? Ja, jetzt bin ich gerade mit dem Old. Oh, lila Rucksack. Wow, Schüsse, Schüsse, Schüsse! Immer noch, immer noch. Okay. Okay. Natürlich! Er kommt pushen. Von wo? Direkt hier bei mir. Woah! Auf dem Haus, auf dem Haus! Okay. Fuck. Ja, okay, von hinten. Bye! Bye! Hallo DJ! Hallo Maddie! Ja, läuft bei uns! Läuft! Ganz klar bei uns. Hm. So Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!